Hallo und herzlich willkommen zurück zu neuen Shop-Video hier auf meinem Kanal. Das ist das erste Shop-Video jetzt in Season 9 und direkt als, äh, als, ja, Entschädigung von Epic Games, dass manche aus, äh, wegen irgendwelchen Bugs, ähm, das Live-Event, das offene Tresor-Live-Event nicht miterleben konnten, haben alle, die das Live-Event miterlebt haben, diesen wunderschönen Arcana-Gleiter bekommen. Ich feiere den wirklich, äh, ich hab den schon gefeiert, als er im Shop war, war dann immer ein bisschen teuer, Lila-Gleiter immer so, äh, ja, ist ein bisschen teurer, 1200 V-Bucks, ist dann schon eine Menge. Und jetzt haben wir den einfach kostenlos bekommen, beziehungsweise die, die den gekauft haben, haben den dann kostenlos, äh, zur Verfügung, äh, beziehungsweise die haben das erstattet bekommen, haben dann das Geld zurückbekommen und er sieht wirklich super nice aus beim Aufklapp-Effekt. Gefällt mir auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir switchen direkt rüber in Item-Shop und gucken, was heute, ähm, im ersten Season 9 Shop drin ist, ob es irgendwelche Zukunftsskins sind, werden wir sehen. Und, wie erwartet, äh, neue Zukunftsskin. Und ich würde sagen, wir beginnen auch direkt mit dem Krypto, heißt der. Ja. Das Rücken-Accessoire sieht cool aus. Diese Wirbelsäule, die, so eine holographische Wirbelsäule, ihr schwarzes Gesicht mit schönen Neonstreifen überall herum. Ähm, sieht schon cool aus. Auch nur ein blauer Skin. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann dazu passend Enigma-Lackierung. Äh, ich finde cool, dass es wirklich zurzeit so viele Lackierungen im Shop gibt. Hm. Wäre jetzt nicht so unbedingt mein Favorite. Ah, sieht ganz okay aus. Hier drauf sieht das wirklich ganz cool aus. Auf der Kampfschrotflinte. Aber es ist mir ein bisschen zu viel Lila, Pink drin. Das feiere ich einfach nicht ganz so. Ja, das ist nicht mein Geschmack. Trotzdem sieht der Effekt eigentlich ganz cool aus. Dann haben wir Oblivion. Ähm, cooler Skin eigentlich. Ähm, ist hier mal die weibliche Version von Omega. Hinten ans Backpack. Sieht auch cool aus. Kann man sich auf jeden Fall kaufen. Dann gibt's noch die weibliche Version von Carbide. Hat so ein ähnliches Rückenaccessoire. Wie der Oblivion-Charakter. Ähm, magst du nicht ganz so. Ich finde da die schwarzen Farben ein bisschen cooler. Allerdings sieht das eigentlich auch ganz cool aus. Mit den blauen und orangenen Aspekten. Ähm, gefällt mir auf jeden Fall. Dann dazu passend gibt's den Terminus-Gleiter. Ähm, guck gar nicht Sound-Effekt an. Cool. Ja, sieht auf jeden Fall cool aus. Mit den ganzen roten Streifen. Ist allerdings natürlich auch ein etwas größerer Gleiter. Trotzdem ganz cool. Und das waren dann auch schon die, äh, die Oblivion. Und, oder generell die Season 4 Skins sozusagen. Ähm, dann haben wir hier die Raufbollen. Ist auch schon ein alter Charakter. So ein bisschen im Marine-Stil. Eben halt auch hier mit so einer Mütze auf. An der Seite noch so, eben halt so ein Anker. Ja, daran merkt man, dass das eben halt so ein Marine-Outfit ist. Sieht eigentlich ganz cool aus. Dann haben wir noch die Filet-Hacke. Sieht wirklich schön aus hier unten mit diesem kleinen Bambus. Und dann diesem Schwert, was da so schön drin ist. Hat auch einen coolen Effekt. Und dann haben wir noch voll Ablachen. Ganz witzig eigentlich. Und den Scherpenfeldwebel. Auch immer wieder ein, äh, Band-Charakter. Ja, ich finde auch cool, dass es jetzt mal einen neuen Band-Charakter im Battle Pass gibt. Ist wirklich ein ganz nicer Charakter. Und der sieht hier eigentlich auch ganz cool aus. Dann haben wir noch ein Meme ins Spiel. Ganz witzig auf jeden Fall. Und dann noch als letztes den, äh, Leuchtflug, äh, Gleiter. Den finde ich eigentlich auch echt ganz cool. Hier, vor allem von unten, hat er eigentlich ganz schöne Farben. Ähm, gefällt mir auf jeden Fall eigentlich ganz gut. Und ich würde sagen, wir gucken dann mal, was heute im Rette-die-Welt-Modus drin ist. Beziehungsweise gestern wurde ja mit dem Update dann auch nochmal etwas im Rette-die-Welt-Shop geändert. Und, äh, das werde ich euch natürlich auch zeigen. Es gibt ja jetzt auch die Geschichte des Jenseits. Ähm, und dann natürlich auch die Kriegsspiele. Wir haben heute auf jeden Fall Fernkampf-Waffen-Lama. Lohnt sich nicht wirklich. Die Waffen sind jetzt nicht so wirklich gut. Ähm, es gibt ja zur Zeit auch die Militär-Lamas drin. Lohnt sich vielleicht nicht ganz so zu kaufen. Ja, ihr müsst wissen, die Militär-Lamas sind im Prinzip nur als Zwischenstück. Sind ja immer die Season 4-Lamas, immer vom Event. Und es wird immer jetzt als erstes die Militär-Lamas geben. Irgendwie, wahrscheinlich so zwei Wochen, zwei, drei Wochen. Ähm, bis dann die richtigen Sommer-Lamas kommen. Und, äh, danach gibt's genauso wie bei den Neon-Waffen, bei den Erweiterungs-Anhänger, beziehungsweise Erweiterungsskizzen, die, äh, Militär-Waffen, die zur Zeit noch bei den Event-Skizzen sind. Und, äh, ne, Mittelalter-Waffen, äh, sind die? Festtags, da Militär-Waffen, ganz oben. Ähm, ja, die werden dann auf jeden Fall, äh, die könnt ihr da drin bekommen, in den Militär-Lamas. Äh, aber die werden dann nachher immer doch alle kostenlos, ähm, aus dem, äh, Erweiterungsskizzen holbar sein. Kostet dann eben halt immer nur, wenn man das hier, äh, Gibt's erforschen, 60 Waffen-Entwürfe, 100 liegende Kraftquellen, dann bekommt man das so auch. Dann gucken wir nochmal einen Gegenstand-Shop, dort haben wir nämlich den Schwarzen Ritter, Konstrukteur. Wenn ihr den von, äh, Battle-Royale-Modus gewohnt seid, dann sieht er ein bisschen komisch aus, weil er immer deutlich breiter ist, so als Konstrukteur. Und, ähm, er hat auf jeden Fall hier Vorwärtskonstrukteur als Fähigkeit. Und er hat ritterlichen Einschlag, erhöht den Einschlag von Metallwaffen um 33%. Ich weiß jetzt nicht, ob das so wirklich gut ist, muss, äh, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es so wirklich gut ist, aber muss man auf jeden Fall mal gucken. Und wir haben den Dampfspieß, die Dampfschneide, die ja schon drin war, war ja sehr, sehr stark, äh, und die Frage ist, 0,67 Angriffsgeschwindigkeit kann also wirklich schnell sein. Ein Speer, mit dem man Stoßangriffe mit großer Reichweite, leicht unterdurchschnittlicher Angriffsgeschwindigkeit, aber erhöhten Schaden und Einschlag ausführen kann. Doppelheap, ein schwerer Angriff aus zwei Schlägen, der erheblichen Schaden verursacht und stark wegstößt. Kann ich mir echt ganz gut vorstellen. Muss er mal gucken. Schaut bei Evonics vorbei, der wird wahrscheinlich dazu ein Review machen. Äh, dort gucke ich mir das auch an und werde euch dann wahrscheinlich nochmal sagen, ob sich die Waffe lohnt oder nicht. Ja, das war es auf jeden Fall mit dem Video und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video wieder ein und bis dahin. Ciao.